jetzt ist anscheinend ich wünschte wir hätten mehr zeit um dich einzuweisen aber wie du weißt ist die situation im fluss der kanadischen freunde sind besorgt dass einige der tiere die grenze überqueren könnten das wollen wir auf jeden fall verhindern wir das ist dies hier ist meine sektion ist die ag die abteilung für gefährliche arten ich bin dr du ich verfüge über umfangreiches wissen in paleoforschung auf genau diesem gebiet bei jurassic world und an anderen orten über die ich leider nicht sprechen darf aber ich kenne sehr viele von den leuten die hier arbeiten ein wilderer lager oder was davon übrig ist amanteure sie haben es nur geschafft dass sie selbst und andere umgebracht wurden und unsere arbeit noch viel schwieriger gemacht die saurier sind immer noch unruhig dr du sie zu betäuben scheint zu diesem zeitpunkt die beste option zu sein okay so schnell und so sicher wie möglich die schuld sind die schuld ist eine die der kann die gespräch die das das geht um Eine Firma hat wichtige Angestellte, wie mich, und wichtige Gebäude, ohne die nichts rund läuft. Bauen Sie also für den Anfang ein Eingangsgebäude, ein Kontrollzentrum und einen Notfallgenerator für die Stromversorgung. Ja. Ja. Das ist das Baugebiet. Und... Das Verhältnis, das ist ja wild vor Ort, wie darf man da nicht tun. Da muss man wirklich selber nicht spoilern, was da ist. Also auf jeden Fall keine Ruhe genießt. Ja. Da kann ich nicht wieder kommen. Da sieht man auch keine Ruhe hier. Da sieht man die Ligenklarien. So. Da haben wir ein paar. Ja. Gucken. Ok, wir sollen angucken zu uns. Da ist er, brauche ich noch mal zu tun. Ok, da oben oben. Dann... Notfall sind drin. Quatsch, Kontrollzentrum, Notfallzentrum. Hier, vielleicht stellen wir mir die Leute an, die ich mal mehr bauen. Kann ich das ausmachen? Irgendwo. Ja, das ist ziemlich sehr klar. Das hier. Das ist jedes Mal gegen den Rand, gegen den Komma und irgendwo hinscrollen. Das soll fest sein. Ende. Das ist Ende Welt. Bitteschön, das kann ich nicht mit dem Maus machen. Ähm. Besser Tour. Pura. Genau. Notfallgenauert. Ok. Ja, da gab es noch ein Peppi. Genau, auch noch. Es ist das. ich habe ihn ja so ich bin ja so ich bin ja so ich bin ja so ich bin ja so schlecht wenn ich das mal sagen darf und ich darf das wir brauchen aber auch eine unterstützungsanlage unterstützen sie die bauarbeiten so gut es geht verstanden unterstützung egal lassen wir das ja schutzraum die sind hier aus Achso, weil das Runde steht hier oben. Na, kurz warten. Hier haben wir einen Wolfshut. Ist keine Irgendwas mehr, außer das ist die Irgendwo. Helikopter. Flop. So, ist das nicht dabei? Na ja, wir müssen die Saurier in die neuen Gehege bringen. Die, die wir bereits gefangen haben? Ja, korrekt. Und sie sollten wach sein und sich möglichst wohlfühlen. Wie ist das denn eigentlich mein Gehege? So. Ich muss das auch noch ändern. Ich suche den Adressmodus. So. Doch. Tastiköpfen. Die Karte ist mit viel aus. Wie ist es oder wie? Die Adressmodus. Das ist nicht gewesen. Als. Guck mal an. Oh, das ist fiel. So geht das jetzt auch beim Bauen hier. So, wir sind in den Schachmittlamentschut. Das dauert mal easy. Noch ein Tier? Ist er? Ich habe kein Gebäude in Berlin. Los! Ich kann mal die Ecken hier drin machen. Oh nein! Ich habe nur noch einen Fuß. Ich habe immer mal eine Axt. Ich habe einfach mal den Ecken. Ich habe aber auch noch eine Art Seil-Zoll. Wollen sie lieber? Vorhin kann ich eine Ecke bauen. Ich hab dann die Blattstuhl halt hinterher. Ich hab doch halt mal raus. Ich habe es nicht mehr aufgestellt. Ich hab es nicht mehr aufgestellt. Vielen Dank.